Das war gut, passt nicht. Ne, ne, passt nicht. Man hat mich auch nicht dabei. Okay. Ladies? Nein, ich weiß nicht. Weiter, geradeaus. Nein, geradeaus. Wir fahren jetzt mit das schönste das schönste und da fahren wir jetzt, was ich entdeckt habe. Das heisst, das war ein Postal. Wir gucken, wie man hier geht und das ist üldromantisch. Keine Schule, der Fahrt nachher gehts ein bisschen jetzt oben. Jetzt fahren wir durch Kuchenscheid, durch den Ort. Dann an den Reiterhof. Von dem Reiterhof gehts dann üldromantisch. Bis nach Blaubachs Mühle. Wunderbar. Einer der schlimmsten Schrecken. Und das kann ich nur mit Erfahrungen haben. Aber ich kann schon mal Leute, die sich auch mal hinlegen, und dann machen wir Spaß. Weil wir sind normal nicht. Wir werden gleich den Reiterhof Ja, das ist schon ein bisschen schön. Ich merke, ich glaube, dass die Wurzeln ist. Ja, das ist schon ein bisschen schön. Gut, schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist ja aussehend, ja? Nein, sei bitte nicht so schnell. Ich fahre ohne Motor. Aber hier nach ist alles... Ja, du kannst versuchen. Ich fahre ohne Motor. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020